Es muss ja mit der Zeit gehen, nicht stehenbleiben und neue Sachen ausprobieren. Der CSV-Europadeputete Astrid Lülling wird eigentlich nach Niederhundern gefehlt. Also möchte sie einen weiteren Schritt erneutzen, menschlich zu gehen von den neuen Kommunikationstechnologien, für die Arbeit am Europaparlament an den Ton, eine Bilder per Internetseite in den Leid zu bringen. Für Straßbüste machen wir jetzt. Astrid Lülling sagt ja, er ist als europäische Politikerin im großen Kader von einer menschlich bürger neuen Europapolitik und hat für sich die Zentralbank schon auf ihrer Internet-Homepage mal Tags dann Foto zu vermitteln. Ich habe noch eine neue Technologie, aber ich muss auf der Punkt des Progräts sehen, dass es also so ist, dass ich den ersten sehen muss, dass Angela Merkel wieder durchlaufen will, wenn es mal bei ihm funktioniert hat, es sind also die ersten Deputaten, die in seiner eigenen TV auf meiner Homepage, Astrid Lülling.com, kann ich in der Zeit gucken. Kompliziertes soll auch einfach man ja erklärt geben. Wenn ich mein Dossier gut kennen, kann ich das einfach explizieren. Aber wenn ich mich, das mir oft ging, froh, ein schwerer Dossier, dann ging ich den Leuten einfach explizieren, ob ich es für mich schwer wäre, weil das ja noch viel andere habe ich getan. Und das mache ich dann irgendwie nur zwei Minuten, bevor ich den Leuten so erwarte, dass ich das wichtigste Dossier in Orla zum Beispiel mit den Immobilien heute zu Straßburg und den Schandal, den wir da so nehmen. Für die Europadeputeure Astrid Lülling sind der Fantasie dabei keine Grenze gesetzt, sie haben es für alle Frauen ein Wunsch von der Leute. Ja, sie können natürlich mir eine E-Mail checken, aber ich kann natürlich auch von denen, weil ich mit ihm ein Interview mache, das kann ich da doch machen. Also alles aus Meischlisch. Die Internetadresse wie gesagt, astridluling.com RTL Radio Lötzenburg und da mal der Fusstraßburg zurück auf den Kirchspirch.